Wobei unsere bombastische Eingangsmusik, die passte eigentlich ganz gut zum Titel, fand ich. Also lieber Herr Otto, vielen Dank für diese netten einführenden Worte. Lieber Burkhardt, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, das Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank eröffnen zu dürfen und Sie alle, wie bereits vor zwei Jahren, herzlich willkommen zu heißen. Zu dieser mittlerweile ja sehr vertrauten Atmosphäre tragen vor allem Sie selbst bei, liebe Gäste. Ich sehe viele bekannte Gesichter, freue mich besonders, dass darunter heute auch Herr Thiel ist, den ich allerdings jetzt im Gegenlicht nicht wirklich sehe. Da vorne ist er genau, dessen Nachfolge im Vorstand Burkhard Balz angetreten hat. Yves Mersch wird auch gleich zu uns stoßen, in alter Verbundenheit sozusagen, obwohl ja Sabine Lautenschläger inzwischen von ihm die Themen übernommen hat, die wir heute diskutieren. Und durch das Programm führt uns wie immer auch Herr Otto mit seiner gewohnt souveränen Moderation, also ein bewährtes Paket, was sie heute erwartet. Der Zahlungsverkehr und die Wertpapierabwicklung gehören zu den Bereichen, die zurzeit wohl besonders deutlich durch den technologischen Wandel geprägt werden. Und entsprechend zentral ist dieses Thema auch für unser Symposium heute. Über das hohe Tempo des Fortschritts soll sich übrigens schon Albert Einstein geäußert haben. Er sagte nämlich, noch während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erkläre, würde er unterbrochen werden, und zwar von dem, der die Sache gerade realisiert habe. Die Anfänge aller Technik gehen allerdings zurück auf eine mythische Gestalt, zumindest wenn man den Sagen des antiken Griechenlands Glauben schenken mag. Der Titan Prometheus entwendete den Göttern das Feuer und brachte es den Menschen. Damit schenkte er ihnen nicht nur Wärme, Licht und Schutz vor wilden Tieren, sondern auch den Schlüssel zu technischem Fortschritt, etwa dem Schmieden von Werkzeugen. Wie Sie alle wissen, dafür bestrafte ihn Göttervater Zeus, ganz grausam gefesselt in der Einöde des Kaukasus, fraßt täglich ein Adler von seiner Leber, die dann nachts wieder nachwuchs, damit das ganze Spiel wieder von vorne beginnen konnte. Doch auch das war Zeus nicht Strafe genug. Er schickte die wunderschöne Pandora, um auch die Menschen zu strafen. Prometheus hatte seinen Bruder Epimetheus gewarnt, keine Geschenke von Zeus anzunehmen, aber er hörte nicht und nahm Pandora zur Frau. Die Götter hatten Pandora eine mit allen Übeln gefüllte Büchse mitgegeben und aus reiner Neugier öffnet Pandora die Büchse, alles unheil entwich und verbreitete sich über die Menschheit. Und so verdeutlicht dieser Mythos, wie der Fortschritt Segen und Fluch zugleich sein kann. Oder etwas weniger episch ausgedrückt, wie wir es vielleicht formulieren würden heute, er birgt eben Chancen und Risiken. Und der Mythos zeigt auch sehr unterschiedliche Herangehensweise an den technischen Fortschritt. Prometheus steht im Griechischen für den Vorausdenkenden, Epimetheus hingegen ist der Danachdenkende, also nicht ganz so vorteilhaft ausgedrückt. Meine Damen und Herren, erhebliche Risiken für Finanzanleger bergen nicht zuletzt die Kryptotoken. Zur Zeit unseres letzten Symposiums nahm der Hype um Bitcoin und Co. gerade erst Fahrt auf. Bis Dezember 2017 kletterte der Bitcoin-Kurs auf einen Höchstwert von mehr als 19.000 US-Dollar. Allerdings wehrte die Freude über diese neuen Höchststände nicht lange. Ein Jahr später kostete ein Bitcoin dann wieder weniger als 4.000 US-Dollar. Und aufgrund dieser hohen Preisvolatilität stuft ein aktueller EZB-Bericht derartige Kryptotoken, wie wir sie nennen, auch als hochgradig spekulativ ein. Die zentralen Funktionen des Geldes in einer Volkswirtschaft erfüllen sie jedenfalls nicht. Denn angesichts der Kursausschläge eignen sich Kryptotoken wohl weder zur verlässlichen Wertaufbewahrung noch als Recheneinheit. Und auch als Tauschmittel kommen sie nur selten zum Einsatz, weil die Kosten der Transaktionen häufig hoch sind und die Abwicklung vergleichsweise viel Zeit in Anspruch nimmt. Ein Faktor dabei ist der große Energiebedarf. Unseren Schätzungen zufolge verbrauchte eine Bitcoin-Transaktion Anfang letzten Jahres, und das ändert sich ja ständig, weil die Überprüfungen sich verändern, mehr als 400.000 Mal so viel Strom wie eine normale Überweisung. Laut einer im Januar 2019 veröffentlichten Studie der BITS sieht von 63 befragten Zentralbanken keine einzige in ihrem Land eine signifikante Nutzung von Kryptotoken. Nach wie vor interessant ist aber die diesem Token zugrunde liegenden Technologie, nämlich die Distributed Ledger-Technologie. Ich hatte Ihnen bereits vor zwei Jahren bei dieser Veranstaltung das gemeinsame Blockchain-Projekt von Bundesbank und Deutscher Börse für die Wertpapierabwicklung vorgestellt. Heute kann ich Ihnen von den erzielten Fortschritten berichten, denn im Herbst vergangenen Jahres haben wir den Test des gemeinsam entwickelten Prototyps abgeschlossen. Im Ergebnis erwiesen sich die geprüften Varianten als grundsätzlich geeignet für den großvolumigen Einsatz. Verglichen mit den derzeit verwendeten Systemen schnitten die Blockchain-Lösungen allerdings eben nicht in jeder Hinsicht besser ab. Die Abwicklung dauerte teilweise etwas länger und verursachte eben auch, und da sind wir wieder bei der Ausführung von gerade eben, relativ hohe Rechenkosten. Und ähnliche Erfahrungen sind wohl auch andernorts in der Finanzindustrie gemacht worden, denn trotz zahlreicher Tests von Blockchain-basierten Prototypen fehlt bislang der wirkliche Durchbruch als Anwendung. Die neue Technologie ist zwar zukunftsträchtig, bedarf für den Einsatz in der Praxis, aber eben auch noch weiterführender Entwicklung. Meine Damen und Herren, wenn es im Alltag ums Bezahlen geht, greifen wir Deutsche nach wie vor am liebsten zum Bargeld. Laut einer Bundesbankstudie wurden 74 Prozent der protokollierten Zahlungen im Sommer 2017 in Bar getätigt. Im Vergleich zu 2014 war das ein Rückgang um 5 Prozentpunkte und im Gegenzug stieg der Anteil der Debitkarten an den Transaktionen und immer mehr Karteninhaber stellen fest, wie angenehm und auch schnell das kontaktlose Zahlen sein kann. Vor dem Hintergrund technischer Neuerungen und steigender Beliebtheit bargeldlosen Zahlens beschäftigen sich Notenbank eben auch mit der Frage digitalen Zentralbankgelds. Vergleichsweise intensiv, wie Sie wissen, befasst sich Schweden mit dem Thema, weil dort die Verwendung von Bargeld rapide abgenommen hat. Gemäß Angaben der Riksbank zahlten 2018 nur 13 Prozent der Befragten ihre Käufe in Bar, 2010 waren es immerhin noch 39 Prozent gewesen. Und das belegt, dass Bargeldnutzung ab einem bestimmten Punkt deutlich schneller abnimmt, was eben mit schwindenden Netzwerkeffekten zu tun hat. Bisweilen übrigens können Verbraucher in Schweden auch gar nicht mehr mit Scheinen und Münzen bezahlen. Wer zum Beispiel das beliebte ABBA-Museum in Stockholm besuchen möchte, muss den Eintrittspreis per Karte oder Smartphone entrichten. Und das ginge ja noch, aber es geht noch weiter. In vielen schwedischen Kirchen trifft man mittlerweile den sogenannten Kollektomaten. Das ist eine Art digitaler Klingelbeutel mit Kartenlesegerät. Das iKrona-Projekt der schwedischen Notenbank zielt darauf ab, zu prüfen, ob eine digitale Bezahlalternative in sicherem Zentralbankgeld für Nichtbanken verfügbar gemacht werden kann und verfügbar gemacht werden sollte. Die Riksbank hat noch nicht entschieden, ob die iKrona eingeführt werden soll oder nicht. Und die Einführung digitalen Zentralbankgeld sollte auf jeden Fall gut überlegt sein. Die Achtlosigkeit des Epimetheus und der Pandora mahnt uns eben, vorsichtig zu sein. Digitales Zentralbankgeld für einen breiten Nutzerkreis, also letztlich für jedermann, hätte je nach Ausgestaltung möglicherweise ganz gravierende Auswirkungen. Erstens auf das Bankensystem, denn digitales Zentralbankgeld für jedermann könnte die Geschäftsmodelle von Banken und die Intermediation auf Finanzmärkten grundlegend verändern. Zweitens könnte die Nachfrage nach digitalem Zentralbankgeld größer und auch volatiler sein als jene nach Bargeld mit entsprechenden Effekten auf die Bilanzen der Notenbanken. Und drittens wäre die Finanzstabilität im Krisenfall womöglich stärker gefährdet als heute, damit digitalem Zentralbankgeld eine zusätzliche, sehr liquide, schnell verfügbare Anlagealternative bestünde. Und deshalb könnten sowohl Flucht in Sicherheit im Allgemeinen als auch ein digitaler Bankrun im Speziellen schneller und in größerem Umfang ablaufen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Meine Damen und Herren, diese Bedenken sollten nicht leichtfertig zur Seite geschoben werden und deswegen hat sich zuletzt die BITS, die Zentralbanken der Notenbanken in Basel, eher kritisch geäußert. Ich sehe uns Notenbanken aber auf jeden Fall in der Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern moderne, schnelle und auch internetfähige Zahlungsmittel anzubieten. Es geht darum, im Sinne der Verbraucher Lösungen am Puls der Zeit und Technik zu entwickeln, ohne unnötige Risiken für die Finanzstabilität einzugehen. Und das bringt mich zu Instant Payments. Fortschreiten der Digitalisierung bedeutet Kommunikation in Echtzeit, etwa durch App-basierte Messenger-Dienste. Musik, Filme und andere digital abbildbare Leistungen werden ebenfalls fast in Echtzeit bereitgestellt und entsprechend soll auch in Echtzeit gezahlt werden können. Dies funktioniert im Zahlungsverkehr seit knapp zwei Jahren auf breiter Basis mit SEPA Instant Payments. Und zur Verarbeitung dieser Zahlungen hat das Eurosystem mit Target Instant Payment Settlement, kurz TIPS, im November letzten Jahres einen Service eingerichtet, der europaweit Echtzeitzahlungen ermöglicht, die direkt in Zentralbankgeld abgewickelt werden. Das geht täglich rund um die Uhr und in maximal zehn Sekunden ist das Geld beim Empfänger gutgeschrieben und kann eben auch sofort weiterverwendet werden. Instant Payments im Allgemeinen sollen Innovationen fördern und auch einen Mehrwert für die Endnutzer bringen. Es muss aber auch darum gehen, einer Fragmentierung des Zahlungsverkehrs in Europa entgegenzuwirken, um den Binnenmarkt zu vervollständigen. Das Eurosystem ergänzt nun mit seinem Know-how und als neutraler Spieler am Markt die privatwirtschaftlichen und vielfach regional, national aufgestellten Infrastrukturen für Echtzeitzahlungen auf pan-europäischer Basis. Bisher allerdings nutzen Banken Instant Payments eher verhalten. Das entspricht zwar der Erfahrung, dass solche Systeme Zeit brauchen, um sich durchzusetzen, bis erstmal eine kritische Masse erreicht ist. Wünschenswert wäre jedoch, schneller diese kritische Masse bei Instant Payments zu erreichen. Auf mittlere Sicht dürften Systeme für Echtzeitzahlungen innerhalb Europas zum Standard werden und Potenzial sehe ich auch, wenn über Europa hinaus Brücken zu anderen internationalen Systemen geschlagen werden, denn gerade diese Zahlungen sind noch vergleichsweise langsam und teuer. Die Implementierung von Instant Payments ist aber auch mit Herausforderungen und zusätzlichen Investitionen verbunden. Bei Zahlungen in Echtzeit steigen nicht zuletzt die Anforderungen an die Betrugserkennung der Banken. Ganz allgemein wird mit der Verlagerung von Aktivitäten in den Cyberraum, dessen Sicherheit eben auch immer wichtiger. Die Bundesbank betreibt kritische Infrastrukturen von internationaler Bedeutung und verwaltet hochsensible Daten. Würden Zentralbanksysteme ausfallen, könnte dies nicht zuletzt die Finanzstabilität in Gefahr bringen. Cybersicherheit hat daher für uns in der Bundesbank auch einen besonders hohen Stellenwert. Und die Attacken werden häufiger, komplexer, raffinierter und organisierter. Auch die Bundesbank ist im Visier. 2018 verzeichneten wir 7,3 Millionen mit Schadcode behaftete Internetaufrufe und E-Mails, die wir intern blockieren mussten und 3,1 Millionen nicht legitime Zugriffsversuche auf unsere Anwendungen, die unterbunden wurden. Unser internes Experten-Team analysierte im vergangenen Jahr fast 6.600 Ereignisse oder Sie können auch sagen Angriffswellen. Dass es Prometheus gelingt, das Feuer zu stehlen, zeugt von mangelnden Schutzmaßnahmen. Dass Epimetheus die Warnungen seines Bruders in den Wind schlägt, macht ihn zur Schwachstelle im System, über die sich Angreifer Zugang verschaffen können. Schutzmaßnahmen vor Cyberattacken sind Cyberhygiene und Cyberresilienz. Ähnlich wie beim Zähneputzen oder Händewaschen im medizinischen Bereich geht es bei Cyberhygiene um Vorsorge, etwa darum, Mitarbeiter zu sensibilisieren, gegen Unachtsamkeit, aber auch gegen Versuche, Druck oder Angst durch Drohungen zu erzeugen. Denken Sie etwa an die zahlreichen Fälle von CEO-Fraud, was so viel bedeutet wie Chefbetrug. Bei dieser Masche werden Mitarbeiter in einem Unternehmen massiv unter Druck gesetzt, damit sie angebliche Anweisungen von ganz oben befolgen und zum Beispiel hohe Geldsummen auf Konten im Ausland transferieren. Auf diese Weise soll einem deutschen Automobilzulieferer ein Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro entstanden sein. Cyberresilienz nun meint die Widerstandsfähigkeit des Systems im Falle von Cyberangriffen und das beinhaltet unter anderem die sogenannten Kronjuwelen besonders zu schützen. Hierzu müssen natürlich zunächst mal die größten Schätze bzw. die kritischen Assets identifiziert werden und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass beispielsweise die Zahlungsverkehrssysteme zu den Kronjuwelen der Bundesbank gehören. Dem Zweck, Schwachstellen aufzudecken, dient darüber hinaus das sogenannte Red Teaming, also ethisches Hacking, wenn Sie so wollen, dabei handelt es sich um simulierte Angriffe einer Gruppe von Spezialisten, dem Red Team, das die Vorgehensweise feindlicher Hacker anwendet. Ziel ist es, in den Kern eines Systems vorzudringen. Und das muss dann das verteidigende Team verhindern, zu ihm gehören zuallererst die eigenen IT-Experten, das ist selbstverständlich, letztlich aber alle Mitarbeiter einer Institution, die sich dieser Übung unterzieht, denn es gibt natürlich ganz verschiedene und vielfältige Einfallstore. Angreifer mag sich als Fensterputzer verkleiden, um an Informationen zu kommen oder getarnt als Headhunter verseuchte E-Mails verschicken und, und, und. Mit dem European Framework for Threat Intelligence Based Red Teaming, abgekürzt Tiber EU, haben die Notenbanken des ESCB ein einheitliches Rahmenwerk erarbeitet, das im Mai letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und es soll Unternehmen aus dem Finanzsektor dabei unterstützen, mittels Red Team Übungen höchste Widerstandsfähigkeit gegen Cyberattacken zu erreichen. Die nationalen Behörden können Tiber EU nun auf freiwilliger Basis implementieren. Und meines Erachtens wäre die Umsetzung dieses Rahmenwerks in Deutschland ein wichtiger Schritt, um die Cybersicherheit von Unternehmen im Finanzsektor zu stärken. Die Bundesbank steht deshalb bereits mit anderen Behörden im Austausch, um einen geeigneten Weg zur Implementierung zu finden. Meine Damen und Herren, Prometheus mag als Begründer unserer Kultur in grauer Vorzeit gesehen werden. Dem Grundstein für den europäischen Einigungsprozess hat jedoch erst vor 70 Jahren der damalige französische Außenminister Robert Schumann in seiner berühmten Erklärung gelegt. Seitdem ist viel erreicht worden. Eine wahre Erfolgsgeschichte ist beispielsweise unser gemeinsamer Binnenmarkt. Er bietet Verbrauchern eine größere Produktauswahl zu niedrigeren Preisen und hat die Wirtschaftsleistung in der EU spürbar erhöht, aktuellen Studien zufolge um ca. 2,5 bis 4,5 Prozent. Und auch unsere gemeinsame Währung hat sich als stabil bewährt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten belief sich der durchschnittliche Preisanstieg im Euro-Raum auf 1,7 Prozent. Und entsprechend ist auch der Zuspruch der Bevölkerung zum Euro groß. Laut einer Umfrage hat die Zustimmung sogar einen Höchststand erreicht. Drei Viertel der Befragten im Euro-Raum befürworten die gemeinsame Währung. In Deutschland sind es sogar ganze 81 Prozent. Und es gibt nach wie vor Bereiche, in denen ein noch besser integriertes Europa einen Mehrwert für die Menschen verspreche. Die Kapitalmarktunion ist genau ein solcher Bereich. Ein gemeinsamer europäischer Kapitalmarkt würde sowohl grenzüberschreitende Investitionen als auch private Risikoteilung fördern. Über diese Wirkungskanäle könnten die Wachstumskräfte gesteigert werden und wirtschaftliche Schocks besser abgefedert werden. Die USA geben ein sehr gutes Beispiel ab für diese Stoßdämpferfunktion, die ich gerade beschrieben habe. Ihr integrierter Kapitalmarkt verteilt knapp die Hälfte der Last eines Schocks über die Grenzen der Einzelstaaten hinweg. Deutlich mehr übrigens, als es Fiskaltransfers dort leisten. Dagegen wird im Euroraum nur ein Zehntel eines Schocks durch eine solche private Risikoteilung aufgefangen. Ein Schritt, die Kapitalmarktunion voranzubringen, wäre, bestehende nationale Vorschriften weiter zu vereinheitlichen. Dabei mag sich eine umfassende Harmonisierung in Rechtsgebieten, wie beispielsweise dem Insolvenzrecht, als schwierig erweisen. Viel wäre da schon erreicht, wenn für spezifische Punkte eine Lösung gefunden werden könnte. Beispielsweise hat die Europäische Kommission einen Vorschlag unterbreitet zur beschleunigten außergerichtlichen Verwertung von Sicherheiten. Europäische Mindeststandards in diesem Bereich könnten helfen, künftig notleidende Kredite in den Büchern von Banken rascher abzubauen und das würde auch an anderer Stelle sicherlich positiv wirken. Demgegenüber stellt die Behandlung von Kryptotoken und Initial Coin Offerings einen Bereich dar, für den im Sinne der Kapitalmarktunion von vornherein eine einheitliche europäische Regulierung und eben keine zersplitterte Landschaft wünschenswert wäre. Das sind nur zwei Beispiele für Ansatzpunkte verstärkter Kapitalmarktintegration in Europa. Meine Damen und Herren, technologische Neuerungen bergen sowohl Chancen als auch Risiken. Diese Zweischneidigkeit des Fortschritts und den Umgang mit ihr illustrieren Prometheus und Epimetheus eindrücklich. Im Laufe der Zeit wurde der Mythos unterschiedlich erzählt und auch interpretiert. Für Platon beispielsweise war wichtig, dass die Menschen mit den Techniken und Lehren des Prometheus zwar Städte bauen konnten, dauerhaft darin leben konnten sie aber nicht. Ihnen fehlte noch die Fähigkeit zum sozialen Zusammenleben und zur Organisation einer Gemeinschaft. Erst die Götter schenkten dann den Menschen, allen Menschen, diese sehr wichtige Gabe. Verständigung und Zusammenarbeit sind nicht nur wesentlich, wenn es darum geht, den technischen Wandel verantwortungsvoll zu gestalten. Sie sind für uns auch ganz wesentlich, um gemeinsam Europa zu stärken. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Symposium. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich habe mitgenommen, erstens Notenbanken stehen in der Pflicht, sichere, schnelle und integrierte Zahlungsmittel und Zahlungswege zur Verfügung zu stellen. Sie würden sich freuen, wenn sich Instant Payments schneller durchsetzen würde und Räume verbinden würde. Und Cyberkriminalität nimmt zu, aber Sie haben davor, Sie, die Bundesbank, keine Angst. Schauen wir mal, sagt Herr Balz, vorausdenken und nachdenken. Ich hoffe, dass das über den Zahlungsverkehr hinaus überall im Moment geschieht, bei all dem, was passiert. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und nochmal vielen Dank, dass Sie in Ihrem Kalender dieses kleine Zeitfenster für uns gefunden haben. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.